hallo ich sie ist ein Opa aus dem Sandaneser Mercantile Building aus dem Frontierland in Paris ich wollte euch heute mal nur ein kurzer Artikel, ich zeige einen kleinen Artikel der aber ganz hübsch ist und zwar ist es ein Clip Frame Story und zwar ist das dieses Ding hier das ist ein Bilderrahmen, aber ohne Rahmen, da könnt ihr eure Fotos hier oben einklemmen und einmal hier dort ist die Möglichkeit ich zeige euch das mal hier oben dort hier nochmal bei Dumbo was ist das denn der kleinen quasi alle Parkteile sind dabei das ganze Event und so weiter ja und das Teil kostet 29,99 ein bisschen was von hier einmal dort dann nochmal das Zitsch und hier nochmal die Piraten so das Teil finde ich eigentlich ganz hübsch und das wollte ich euch noch nicht vorenthalten ja nur diese kleinen Informationen aus dem Sandameser Mercantile Building hier aus dem Frontierland von Disney Opera bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss